Das Spannende an Kundenprojekten ist gerade in dem Modul, das ich betreue, die Produktion und Produktionsplanung, dass man dann beim Kunden auch direkt mal in die Produktion kommt. Das heißt, ich sehe nicht nur die Software an sich, sondern ich sehe auch quasi, wie der Kunde physisch arbeitet. Mein Name ist Kai Liebing, ich bin 30 Jahre alt und arbeite bei InnovaB als Consultant im Bereich Produktion und Produktionsplanung. Direkt nach der Schule habe ich eine Ausbildung als Großhandelskaufmann gemacht und mein Papa hatte schon frühzeitig signalisiert, ob ich denn nicht auch in das Umfeld SAP gehen wollen würde. Habe ich dann aber erst dagegen entschieden und habe dann diese Ausbildung gemacht. Habe dann aber quasi festgestellt, okay, das ist doch nicht so richtig meins und hatte dann quasi auch nochmal, weil ich eben den Schritt über dieses duale Studium gehen wollte, dann noch meine Fachhochschulreife nachgeholt und bin dann in die SAP-Beratung gekommen. Ein Kundenprojekt in besonders Spaß macht mir vor allem zu Beginn von den Projekten der Einblick in die Produktion. Dadurch, dass ich als Berater das Modul Produktion, Produktionsplanung abdecke, bekommen wir quasi dann immer in den Projekten einen Einblick in die physische Produktion und sehen da quasi auch immer einen Blick außerhalb der Software auf den Kunden. Seit ich sechs Jahre bin, spiele ich Handball und es begleitet mich schon mein ganzes Leben. Es lässt sich mit der Arbeit gut vereinbaren. Es ist auf jeden Fall so, dass es miteinander harmoniert, es funktioniert und so habe ich quasi auch auf jeden Fall immer den passenden Ausgleich für mich. Mit meiner Geschichte möchte ich einfach zeigen, dass der Beruf als Berater ein vielfältiger Beruf ist, interessant ist und auf jeden Fall wert ist, diesen Schritt zu machen und sich zu bewerben. . Es liegt ja, das ist falsch, also das ist, diesen Schritt zu machen und sich zu bewerben. Drei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020